Da kommt Engage, Wanted geht für den Anker auf Edgefield und er stirbt in der CC. Starker Catch von Frankfurt. Jetzt sind sie in der Überzahl, aber Wavegate deutlich zu weit vorne. Flash verloren, trotzdem viel Dabbage kassiert, Wanted zu follow. Jetzt geht Denzi sogar rein in die Base, möchte dive. Schöner Catch, aber Wavegate feuert weiter. Alka für 1 gegen 2 gegen Zerekhov. Denzi aber trotzdem down. Sven mit der 2, man ultimiert sofort Zerekhov in seiner eigenen. Aber der Double für Alka ist secured. Zerekhov flasht auf Wanted, aber auch er stirbt. 4 Kills für Frankfurt. Zu Null, wenn sie es jetzt noch schaffen, dass ihre Nexus-Türme nicht fallen. Es ist die erfolgreichste Verteidigung des heutigen Tages.